Fußball ist Liebe. Mein größtes Hobby neben dem Fußball ist Surfen. Mein Idol ist Lionel Messi. Mein Ritual vor dem Spiel ist gute Musik und mit meinem linken Bein zweimal auf den Platz hüpfen. Was ist gute Musik? Das ist unterschiedlich. Ich habe eine Playlist, die wird rauf und runter gespielt. Das sind, keine Ahnung, zehn Lieder und damit verbinde ich viel. Ich arbeite da viel dran und es funktioniert. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich irgendwas Richtung Innenarchitekt, glaube ich. Das ist sehr familiär bedingt. Von meinem ersten Profigehalt habe ich, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es waren ein paar Schuhe, aber nagelt mich nicht darauf fest. Meine Eltern haben immer gesagt, dass sie bei Franz mit Ess etwas Besonderes wollten. Wie oft wirst du auf deinen Frauen angesprochen? Oft, sehr oft. Die Menschen, die mich am meisten unterstützen, sind Mama, Papa und meine Freundinnen und meine besten Freunde auch. In meinem Spinn findet man immer eine Creme, Deo und Shampoo. Am längsten in der Kabine braucht, ist jetzt schwierig, aber ich sage Mirko Kost ist immer sehr lange da. Die beste Stimmung in der Kabine macht Silber oder Mucki auch. Den schlimmsten Musikgeschmack hat bis jetzt. Ich habe noch nicht alle gehört, aber ich glaube, Reinhard Ramftl ist ja noch nicht gut bis jetzt. Ist nicht gut, Reini. Ich habe die Rückennummer 41, weil ich die bei den Bayern auch hatte. Ich hätte gerne die 13 gehabt, aber die hatte der Luki, Lukas und dann nehme ich, habe ich 41 genommen. Meine Lieblingsserie ist Old Time Prison Break. An der Bar bestelle ich Wasser. Der letzte Song auf meinem Smartphone ist, was habe ich als letztes gehört? Drinking and Smoking. Beschreibe Dominik Fitz in drei Warten. Ruhig, ruhig, Fußball.